NICHT! 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 JA! F***! NICHT! Applaus 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 Du bist aber immer Vereinsmeister geworden. Ja, aber wo die anderen nicht mehr konnten. Ich bin auch einfach nicht da. Du kannst doch nicht einfach nur Geld bezahlen und nicht kommen oder so. Das kann man! Guck mal, wär er da gewesen, denn dann wär's schon vorher gewesen. Wenn du bei Vereinsmeister zahlst, dann hättest du dich um 7, 8 Bier getrunken. Ich hab erst zwei Spiele gewonnen und ein Satz, das macht nicht mehr. Ich hab noch einen hier mit Vorstand gefunden. Florian! Nicht auskotzen! Das wird aber nicht vorgefunden, wenn du in der Reihe gewöhnt hast. Nix! Sehr gut! Alles gut! Uh! L 5 5 4 4 5 5 7 9 10 10 Vielen Dank. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. 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 Yeah. Come here. Yeah. Ja, ja, ja. Schöner Kampfbewegung. 13. 3. 3. 3. 2. 3. Stop! Ich hab' du halt so dreckig gehalten. Schrotzen los. 12. Los! Los! Was soll ich denn das nennen? Ich muss so schnell... Hör auf, ich will was erzählen. Ich mach' natürlich Platten aus. Ich mein' der fühlt völlig unsozial. Und können wir ihn dicht machen lassen. Damit ich gegen Frank ne Chance hab. Weil... Weil ich schneller das Bier tränke... Ich geh' zu schnell damit besoffen. Aber Frank! Aber Frank! Ja? Komm' wir durchspielen! Los! 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 Auf, auf! Auf, auf! Ja, das war einfach. Es ist jetzt genau so. Es ist gut. Aber das war gut. Und das war gut. Dann ein... Aber das war gut. Und ich- Tid ihr sieh? Ja, das war gut. at war ja, das war gut sein. 4 8 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 Das gibt's doch nicht mehr. So, jetzt sind 15. Prost! Prost! Hey, mach mich auf! So, ich bin mal. Prost! 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 Der ist ja getrunken! Komm! Der hat eine Kante Bierschleifung. Die Kante Bierschleifung. Wenn der Kante Bierschleifung nicht mehr so gut ist, kommt die Bierschleifung. Ja, das geht ja. Setz gut. Sieh, du Stand. Ich bin nicht schnell. Ich war da. Ich war nicht. Ja, ich war nicht. 19. 19. 19. 20. 20. 25. 25. drauf 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 stop duu wir gehst du mir auf leben von uns sind zurück ich bin büro hallo Und ich muss da auch noch mal rein, Leute. Wenn? Was? Ja, ich bin so gut. Ja, ich bin so gut. Ich dachte, das ist ein Traum. Oh, ich bin so voll. Komm mal rein. Kommt euch, tausend eigentlich so weit. Rausdach, jetzt. Schau rein, ich kann mir das. Weil es mein Händchen ist. Oh, 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 oh. Halt. Achtung, Feuer. Achtung. 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 Das ist doch nicht so gut. Achtung. Feuer. Ach corona. notaus epic. Zurück. Das ist einjacheng Dank, Leute. Geht nicht auditiven wie weit aus dem Angriff. Dann testen wir nach 중. accum sill. Reinый sind sieben. Krieg. Oh mein Weg noch! Hallo Katja! Wieso ist das gut, wenn ich mich stehe? Das reicht jetzt! Achso, ich muss noch ein Bier trinken. Verdammt verdammt! Ich auch! Wie steht's denn bei euch jetzt? Ich bin weiter. Teil 2 oder was? Hast gewonnen! Wir haben schon ein Spiel gewonnen, jetzt fertig. Ich freue mich jetzt los. Ja, und? Wir werden uns aber auf Kölnchen verteidigen. Ja. Ich werde ihm schlagen! Der wird böse sein! Was ist denn bei euch? Ich dachte, er hat jetzt noch eine Kühle an sich knallt. Gleich treibt mein Spiel. Nix! Hier, Alter, hier! Hallo! Hallo, ich bin Thomas Fischer. Mein Name ist Thomas Fischer, ich bin 35 Jahre alt. Und das wird gleich passieren. Wir haben nämlich den dritten Satz und es wird gleich passieren. Peace, Freunde, Peace! Nein, nicht Peace! Kampf! Kampf ist angesagt! Halt hier bin ich! Halt hier! Die Kamera! Mich bitte! Ich werde ihn schlagen! Vernichten! Töten! 2, 2, 2, 2, 6, 10! Wir haben den dritten Rücken! Wir haben den dritten Rücken! Wir haben den dritten Rücken! Ich habe diesen Rücken auch gemacht. Er ist eigentlich schon ein Jahr verloren. Aber das wird jetzt ganz dritten. Es wird der Bruch aus von der Bruch aus. Ja, nicht dritten Rücken. Wir waren ein Oberkanemier. Mein Name ist Maas Michael Maas. Gerechtigkeit! Und die Kamera da wird raus! Und die Kamera da wird raus! Was erzählen wir da? Eine psychologische Kriegsführung mit den Bangen überschießen, damit ich ihn kippen muss. Aha! Ah! Ja! Aufschläge sind eine tolle Idee. Ich werde den Kriest des Geräusch prober. Die Kriest des Geräusch prober. Das ist ein Untertitel. Ich habe den Kriest des Geräusch. Ich habe die Kamera gewonnen. Ich bin ein Kriest des Geräusch. Also, das ist ein Kriest des Geräusch prober. Ich werde dir. Schwer fang, sehr schwer. Stimme, hier war es. Ja, 3, 4. Ja, komm. Löffel du zu dir. Nein, nein, du musst nur eine Fälle fangen. Komm, da ist fangen. Ja, ja. Das war doch nichts. Das war doch nichts. Prozess. Das kann man laufen, aber das kriegst du nicht. Ich weiß nicht, aber wir haben es hier. Auf! Mal sechs. Mal sieben. Ach, shit. Ha! Fertig zurück. Was machst du, was du machen? Ach, shit. Ach, shit. Ach, shit. Was machst du? Wer sagt, wie da ist? Ja, ja. Das ist nicht zu weit, oder? Einspielen. Naja, ja. Mal, mal. Mal, mal. Mal, mal. Mal, mal. Als was. Mal, ich versuch's. scholar. Wir haben ja mal gewonnen, wir haben ja mal Die sind nicht trocken Spielerspiegel Ja Gleich neutral Das hast du noch Hast du nicht zwei Elektronische Harte? Scheiß kann ich das ist Wir hatten nur mal zwei Tankräume oder so normal Das braucht nur Du? Pass auf die Mülleimer mit dem Kopf Sing! Time! Was? Time! Nee, er muss erst ausdrehen Ich weiß das genau Nicht du Wie steht das bei euch jetzt? Satzmäßig Ich glaube ich führ 2 Führst du 2-1? Sie können, weil ich ja schon 4-1 führe 1-1 steht Du bist gleich raus Ich weiß das ja nicht Obwohl sie gegen hier gegen diese Jetzt haben wir ja ganz gut ausgedreht Ja, aber gegen Sanchez hat sie neu gespielt Wir haben sie gerade verloren Das war auch so ein Spiel jetzt Haben wir jetzt schon gespielt? Ja Haben sie verloren? Ich weiß es nicht, aber denke ich Ja, die haben sie verloren Ja, weil die sind mehr oder weniger So eine Sandplatz-Spezialist in Deutschland Hast du dann wieder weg? Alle? Ja, vielleicht doch Ich doch auch Echt? Dann schaffst du noch den ersten Platz? Nee, wie steht es jetzt überhaupt bei uns? Wir haben die 2-3 Soll ich 4 sagen oder? Schau mal 4 3-1 Wär schon Schluss, das glaub ich dir nicht Scheiße, das hat er jetzt also doch gemerkt 1-1 Bist schon erster? Bist schon erster an der Gruppe? Ne Muss doch gewinnen jetzt, oder? Mhm Dann wird immer schwieriger Ihr steht kaputt Wir haben ja 2 Spiele machen statt 1 Nee, der 4 Nein, nein Florian hat es schon eingetragen Gegen den Mädchen Darauf kommst du auch noch Was spielst du jetzt? Was spielst du jetzt? Hä? Spiel eher mal bitte Wie war's? Er ist der 4 oder noch gar nicht alle, oder? 4 oder ist auch halt 4 oder ist auch halt 7 von 4 oder? Ja Das kann nicht eingehen 4 oder 4 oder was? Du hast nur ne Kiste im Wagen Also Er macht 3 Kisten im Wagen Er macht sterben Was? 2 müssen noch 3 Du könntest ja lieber zählen Du schweig Wir sind durch Ja, wir sind durch Nein, der Sören gegen Klaus Die sind noch am spielen Und Sören hat 3, 6 Klaus steht hier, warum steht der denn hier? Dreh mal aus 9 Ja, der Fuss war eins der Hund Ja, du musst noch einen Satz machen Dann Hier Halt du nicht NIE Ich bring mich dich um Ja, Konrad Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's weiter? Du bist ja... Du bist ja... Sollst du mal weggehen? Sollst du mal weggehen? Ich spiel Jörg und Marco Ich spiel den 4 raus Achso, nee Ich spiel den 4 aus Ich spiel den 4 aus Der 4... Ich weiß nicht, wo das ist Marco spielt gegen... Der... 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 Der.. Danke, danke. 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 Gut, gut. 6 eins. 2 eins. Ja! 2. 6,3,1,2,1,3,1,2 Also wissen Sie, diese Schule kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie hat wunderbare Räume. Sie sehen hier die Klassenräume. Man kann also wirklich sich entfalten. Ich finde, das ist der Kunstraum. Hier geht es weiter in die Katakomben des... Zwei, 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 zwei. Zwei, neun. Oh, mein Gott. Da war er. Er ist das. Zwei, zwei, drei, zwei. Zwei, zwei, drei, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Zwei, vier, drei. Zwei, zwei, drei. Zwei, drei, drei. Zwei, zwei, drei. Oh, Gott. Zwei, zwei, drei. Jim R. Jim R. Jim R. Jim R. Jim R y'all. Jim R. Hehehe! Tchoo! Ja! Tchoo! Tchaa! Tchaa! Tchoo! 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 Was hast du denn für ein Schläger? Ich weiß nicht, was ist denn da? Was hast du denn für ein Schläger? Was hast du denn für ein Schläger? Ja! Ja! Nicht das, aber das ist doch völlig Was ist denn für ein Schläger? Was ist denn für ein Schläger? Was ist denn für ein Schläger? Ja! Was ist denn für ein Schläger? Alter! Ich bin so kapel! Kapel? Schatz, auch da wieder! Nichts! Was ist denn für ein Schläger? Ach komm ey! Der war hoch! 9 Minuten bitte! Boah! Der ist verlaufen! 9 Minuten bitte! 10 Minuten bitte! Wann sie ist auf am Tisch denn gespielen? Nein, aber guck nicht! Guck nicht! Ski! Wo bin ich denn? 20 Minuten! Jaaar! Er ist offen! Maa! ARD Text im Auftrag von Funk